Herzlich willkommen zum ersten Video in meiner Tutorial-Reihe zum Thema Hindenburg, das Audioschnittprogramm, das ich jetzt seit über einem Jahr in meiner Arbeit verwende. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Radiojournalist und Podcaster, Mitgründer des Podcast-Labels Einfachton und in dieser Tutorial-Reihe soll es um die grundlegenden Funktionen von Hindenburg gehen. Im ersten Teil dieser Reihe, das sind drei Videos, das erste davon schaut ihr gerade, soll es um die absoluten Grundlagen gehen, erste Schnittbefehle, wie ist Hindenburg aufgebaut und so weiter und später wird sich das dann splitten in jeweils zwei separate Reihen, da könnt ihr euch aussuchen, interessiert euch eher der Part für die RadiojournalistInnen, wie bei euch in einem Radiobeitrag und in dem anderen Bereich soll es darum gehen, wie zeichne ich einen Podcast auf und wie schneide ich den dann, weil ich finde, das unterscheidet sich dann schon sehr voneinander, deswegen würde ich das gerne trennen. Ihr seid jetzt aber erstmal genau richtig, wenn es darum geht, was ist eigentlich Hindenburg und warum finde ich das eigentlich so toll? So, da fühle ich mich gleich viel wohler ohne Kamera und ohne Licht und ohne irgendwie Bild, nur mit Stimme, das ist fast wie beim Podcasten hier und eben diesem Screensharing. Hindenburg, was ist das? Es handelt sich dabei nicht um den Reichspräsidenten, also natürlich handelt es sich schon um den Reichspräsidenten, allerdings nicht in dem Fall und danach ist es auch nicht benannt. Es ist nämlich nach dem Luftschiff benannt, das nach dem Reichspräsidenten benannt wurde. Das Luftschiff Hindenburg war ein ganz großes Luftschiff, das bei einer Reise nach in die USA abgestürzt ist. Da gibt es ganz berühmte Aufnahmen davon, wie es Feuer fängt. Und warum haben die Macherinnen und Macher von Hindenburg ihr Schnittprogramm danach benannt? Ja, es gab damals einen Radioreporter, der heißt oder hieß Herbert Morrison und der hat eigentlich kommentieren wollen, wie dieses Schiff in Amerika landet. Das war was ganz Besonderes, weil es eben so ein riesen Luftschiff war. Und da ist die Hindenburg abgestürzt in Flammen aufgegangen und dann hat er das reportiert. Für viele ist das so der Ursprung des Mobile Reportings, das glaube ich nicht so ganz, weil es gab davor auch schon Live-Reportagen, aber es ist eben eine ganz berühmte Live-Reportage, was Herbert Morrison da damals gemacht hat und deswegen heißt dieses Radioschnittprogramm eben auch Hindenburgs. Finde ich eigentlich eine ganz nette Namensgeschichte. Mittlerweile wird Hindenburg von vielen verschiedenen Radiosendern, Radiostationen weltweit benutzt. Dazu zählen vor allem nicht-deutsche, also nicht in Deutschland beheimatete Radiostationen. Hier gibt es auf der Seite auch einen kurzen Überblick, wer das verwendet. Was ich an Hindenburg ganz gut finde, ist aber, dass es eben auch viele Schulen und Universitäten und NGOs gibt, die Hindenburg verwenden. Dafür gibt es dann auch so spezielle Preismodelle für NGOs vor allem, mit denen Hindenburg ja dann einen Deal hat. Das finde ich ziemlich cool. Hindenburg selbst bietet ganz viele verschiedene Produkte an. Da will ich mal ganz kurz einen Überblick geben, um vielleicht auch euch zu beraten, was jetzt in Frage kommt. Das sind nicht alles unterschiedliche Programme, was ihr hier auf dieser Product-Seite seht, sondern das sind auch unterschiedliche Modelle für ein und dasselbe Programm. Zum Beispiel diese Broadcaster-Version ist eben für Radiostationen gemacht. Da ist, glaube ich, noch so ein Publishing-Server-Administrationstool, Schnittstellentool irgendwie dabei. Das interessiert uns nicht. Deswegen klicken wir einfach mal auf For Individuals. Und auch da interessieren uns eigentlich nur zwei Dinge, sagen wir mal zweieinhalb Dinge, nämlich Hindenburg Journalist und Hindenburg Journalist Pro, beziehungsweise die 30-Tage-Testversion dazu. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dass Hindenburg das Programm eurer Wahl ist, dann könnt ihr euch für meine Tutorial-Reihe auch gerne diese 30-Day-Trial runterladen. Da kriegt ihr Hindenburg Pro quasi für 30 Tage kostenlos. Das reicht, um alles auszuprobieren. Meine Tutorial-Reihe funktioniert sowohl für Hindenburg Journalist und als auch für Hindenburg Journalist Pro. Hindenburg Journalist Pro hat so ein paar mehr Funktionen. Die werden wir dann für die Podcaster-Reihe brauchen. Die funktioniert nicht mit Journalist, aber für RadiojournalistInnen funktioniert die Journalist super. Also die reicht eigentlich aus. Die kostet 80 Euro. Es gibt hier so ein paar verschiedene Übersichten. Was ist jetzt bei der Journalist Pro mehr drin, mit der arbeite ich und was ist bei der nicht mit drin, bei der normalen Journalist-Version. Das ist so der grobe Überblick. Ich würde euch empfehlen, tatsächlich erstmal diese 30-Tage-Test-Version zu machen, weil ich habe mich auch ein bisschen schwer damit getan, um zu steigen, weil man ist ja schon so ein bisschen dran gewöhnt und wenn man sich dann nicht hundertprozentig sicher ist, dass man dieses Programm auch viel, viel weiter benutzen wird, dann sollte man es vielleicht nicht investieren, obwohl ich finde, es ist für einen absolut fairen Preis. Die Journalist kostet glaube ich 85 Euro brutto und die Journalist Pro kostet 350 Euro brutto im Einmalkauf, muss man sagen. Also im Vergleich zu Adobe Audition beispielsweise, wo man dann abonnieren muss, finde ich das schon ziemlich fair. Ich arbeite mit der Journalist Pro 1.85, wenn ihr das Video irgendwie in zwei Jahren schaut. Das ist die Version, mit der ich arbeite. Da können also noch Features dazukommen. Für dieses Tutorial verwende ich also die Journalist Pro. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Journalist, da seid ihr super bedient. Da können wir auch mit arbeiten, zumindest für die ersten drei Videos, in denen wir gerade drinnen stecken. Ich wollte euch noch ganz kurz sagen, warum Hindenburg für mich Adobe Audition abgelöst hat. Ich habe lange Jahre, eigentlich fünf Jahre oder sechs Jahre von Anfang an mit der Creative Cloud von Adobe gearbeitet. Ich halte das immer noch für die Kreativ-Tools schlechthin. Also man kommt vor allem im Videobereich und im Fotobereich so gut wie nicht mehr um Adobe drumherum, also Photoshop, Premiere und im Audiobereich eben Audition. Und damit kommen wir zum Problem. Ich finde nämlich gerade Audition gar nicht so richtig, weil Audition ist für mich immer gefühlt so ein bisschen das Stiefkind gewesen. Also das ist nicht so richtig, ist immer so hinten mit dran gewesen, ist nicht so richtig auf dem großen vorne mit dabei, auf dem Tableau, was sich Adobe so anschaut. Deswegen war es auch immer, ja so, es sollte alles können. Es sollte für Videos gut sein, es sollte für Podcasts gut sein, man sollte damit aber auch Musik abmischen können. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass man einen umfangreicheren Video im Audio-Midi-Composer irgendwie mit drin hat, was es glaube ich auch hat. Deswegen, also das war so nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hat einen großen Funktionsumfang, aber teilweise findet man sich nicht so richtig zurecht. Also so ging es mir zumindest. Ich hatte relativ lange gebraucht, um reinzukommen, obwohl ich mit Premiere viel gearbeitet habe. Ich bin eigentlich auch ein Cloud-Fan, womit wir beim zweiten Punkt wären. Allerdings alles über die Cloud weiß ich nicht. Da war ich auch nicht so ein großer Fan. Man schluckt dann, man muss dann die neuen Versionen nehmen. Teilweise muss man dann auch zwischendurch mal updaten und dann funktioniert wieder was nicht und man muss dann Funktionen installieren, die man eigentlich gar nicht braucht. Das fand ich so nervig, als sie diese Quick-Edit-Tools irgendwie für Videos installiert haben mit. Das hat dann schon ein bisschen genervt, muss ich sagen. Also das war immer so, ich weiß nicht genau. Aber das ist alles noch nicht so schlimm. Was für mich ja dann am Ende die Entscheidung gemacht hat, ist, dass man, waren eigentlich zwei Sachen. Einmal der Preis, klar, Software, mit der man täglich arbeitet, die kostet was, aber ich fand dann diese 360 Euro, die ich im Jahr bezahlt habe, noch mit der Studierabatt-Version, die man weiter nutzen kann, fand ich einfach viel zu teuer. 360 Euro im Jahr ist schon ganz schön heftig. Wie gesagt, Hindenburg, 350 Euro einmalig und dann hat man die Pro-Version. Das ist schon, ist schon ein Unterschied. Wobei man natürlich sagen muss, der Funktionsumfang von Adobe Audition ist wesentlich größer als der von Hindenburg. Also wer jetzt tiefergehende Funktionen braucht, der, für den ist Adobe Audition natürlich trotzdem eine Alternative. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Für mich ist allerdings Hindenburg wesentlich besser. Das versuche ich in dieser Video-Tutorial-Reihe nochmal genauer darzustellen, warum ich finde, das ist für Radio-JournalistInnen und für PodcasterInnen, die jetzt nicht irgendwie einen großen, umfangreichen Storytelling-Podcast aufnehmen, True-Crime, sonst wie Effekte, bla bla bla, warum Hindenburg dafür einfach besser funktioniert. Und was es für mich dann eigentlich das Rennen gemacht hat, ist, dass ich damit schneller arbeiten kann. Also Hindenburg hat so ein paar kleine Funktionen, zum Beispiel die Wiedergabe auf anderthalb zweifacher Geschwindigkeit, ohne dass es pitcht, die hat Adobe zumindest bis zu der Version, mit der ich gearbeitet habe, nicht mit drin gehabt. Und das hat mich dann schon ein bisschen genervt. Und deswegen bin ich dann am Ende auch gewechselt, weil ich fand auch den Story-Fokus, den Hindenburg hat. Also man fokussiert sich bei Hindenburg so ein bisschen mehr auf die Geschichte und ja, ist vielleicht nicht ganz perfekt professionell audio-technisch unterwegs. Aber es ist leicht zu verstehen und es unterstützt die Geschichte im Workflow und das finde ich super. In diesen Tutorials möchte ich euch also so ein bisschen meinen Workflow mit an die Hand geben, wie ich damit arbeite. Das ist nicht der Weg, den alle gehen müssen. Das ist vielleicht auch nicht mal unbedingt der Weg, wie sich die MacherInnen von Hindenburg gedacht haben, wie man mit Hindenburg umgeht. Aber das ist eben der Weg, den ich für mich gut befunden habe und den ihr gerne adaptieren könnt, den ihr auch gerne umformen könnt, zu eurem Weg machen könnt. Also ich denke, wir werden viel Spaß haben in dieser Tutorial-Reihe. Das soll es erstmal gewesen sein für das Erste, wo ich schon wieder podcastmäßig ins Labern gekommen bin. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Im nächsten geht es dann um was anderes. Das stelle ich gleich nochmal in Person vor. Das habe ich schon aufgenommen. So, genug der Theorie. Jetzt wird es Zeit, in das Programm Hindenburg einzusteigen und sich die Programmoberfläche mal genauer anzuschauen. Das machen wir im nächsten Video. Da wird es auch darum gehen, wie ihr Hindenburg einrichtet, nachdem ihr es installiert habt. Abonniert gern diesen Kanal für weitere Videos und schaut auf einfachton.de vorbei. Da gibt es lesenswerte Artikel zum Thema Podcast.